Hier sieht man einmal mehr, wie wichtig es ist, jemanden an der richtigen Position ins Spiel zu bringen. Warum sichern Personalmanagement? Sichern Personalmanagement liefert kompetente Lösungen. Gerade bei uns in der Baubranche ist es oft erforderlich, Personal zu finden, das unseren Teamgeist erfüllt. Hier geht alles Hand in Hand. Wir greifen nicht nur auf Fachpersonal im gewerblichen Bereich zu, sondern auch im Managementbereich, sprich Umwelttechnik, sprich Siegelkoordinaten. All das liefert uns Personalmanagement sicher. Teamplay funktioniert nur mit der richtigen Mannschaftsaufstellung. Also neben der Tatsache, dass wir höchst zufrieden sind mit den Dienstleistungen des Unternehmens Sichern im Bereich der Zeitarbeiten, im gewerblichen Bereich oder im Assistentenbereich, haben wir feststellen dürfen, dass auch höher qualifiziertes Personal sich bei uns bestens geeignet hat. Und daher haben wir uns entschieden, auch dieses hoch qualifizierte Personal fest einzustellen. Und daher ist auch dort eine perfekte Allianz und Kooperation mit dem Unternehmen Sichern gegeben. So sieht ein perfektes, ideenreiches Zusammenspiel aus. Daraus ergeben sich dann auch weitere Chancen. Von Anfang an zufrieden, vor allen Dingen, was ich auch immer wieder betone, man wird wahrgenommen. Man wird wahrgenommen so, dass man auch wirklich zurückgerufen wird und da auch persönlich dann auch sich wohl fühlt. Unser Personal wird perfekt ergänzt und wir können damit unsere Auftragsspitzen abdecken. Wir hatten gerade einen konkreten Bedarf. Wir suchten dringend einen Vertriebler, den prompt die Firma Sichern uns dann auch. Wenn es eng wird, gilt es, die Übersicht zu behalten. Wir arbeiten jetzt ungefähr seit dreieinhalb Jahren mit der Firma Sichern Personalmanagement zusammen und sind damit sehr erfolgreich über die Zeitarbeit, den Startschuss finden in dem Bereich, neue Mitarbeiter zu integrieren und unser Team nochmal zu vervollständigen und langfristig mit denen eine Mannschaft irgendwie zusammenzustellen und erfolgreich weiter in die Zukunft zu blicken. Unsere Aufgabe bei Tschicher und Personalmanagement ist es, die Bedürfnisse von Unternehmen mit den Fähigkeiten von Menschen in Einklang zu bringen. Ganz gleich, ob kurzfristige Personalengpässe überbrückt werden müssen, dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung gewünscht wird oder Führungspositionen im Rahmen der direkten Personalvermittlung neu zu besetzen sind. Wir entlasten Unternehmer und Personalverantwortliche vollständig in allen Personalfragen. Unsere Mannschaft besetzt Ihre Positionen, damit Ihr Team optimal aufgestellt wird. Gut eingestellt, gut aufgestellt! Gut eingestellt, gut aufgestellt! Gut eingestellt, gut aufgestellt! Gut eingestellt, gut aufgestellt!